Scheiße! Fuck! Scheiße! 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 Warum eigentlich habe ich an Tobias gedacht und nicht an Tobi und warum war das richtig? Warum war das richtig? Alter! Ah, das Wort belongs to me! Ach echt? Gut, dann zeige ich euch mal meinen richtigen Namen, aber nur den Vornamen. Den Nachnamen werde ich einfach erfinden. Ah, warte, warte, warte. Sukiyaki. So. Aber ich würde das gerne gut schauen. Da. Hallo! Trixi Sukiyaki! Hey! Will da, please answer the following questions to her. Dann bist du. 25. Wien. Österreich. Austria. Ah, ich bin neu. Ja. 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 Wie gehe ich denn gerne? Essen. Essen. So. Gut. Welche Part of an animal do you prefer to eat? Die Rippen. Sad is no in life. Okay. Ah. To wrap her first. Ich hab neurale loaded. Die Rippen. began mit her... A couple of weeks and a couple of weeks and a couple of weeks and a couple of weeks. Photos died. It was horrible too. Are you paranoid that your photoleptic camera might be recording you every move? No. Everyone can only tell the truth all the time. Do you think this will make the world better or the worst place? Also ich denke, wenn jeder die Wahrheit sagen würde, dann würde man sich sehr schnell... Entschuldigung, ich habe jetzt gerade mein Mikro angegriffen. Man würde sich daran gewöhnen, dass jeder die Wahrheit sagt. Man würde sich daran gewöhnen, dann würde es einen noch nicht mehr stören. Das ist wahr, das heißt, meiner Meinung nach ist es besser. Ich bin ein sehr ehrlicher Mensch. Also ich gebe da schon, ja, ehrliche Kommentare von mir, die dann manchen natürlich auch nicht gefallen. Aber ich würde sagen, sie machen es besser. Do you swear to tell the truth? The whole truth and nothing but the truth? Yes! Would you rather know the date of your death or the cause of your death? Also den Tag würde ich nicht wissen wollen, ich würde gerne wissen wie. Would you rather lose your mind or your limbs? Na dann lieber mein Gedächtnis. Also mein, mein, das geistige. If you look behind you right now, would you rather see a floating disembodied head or a headless blood? Lieber ein fliegenden Kopf, nein, dann an, 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 an. Das ist so... Your hair smells nice Ha We agreed to surrender all of your personal data to Iris for further improvement of your experience and other services at our discretion We value your privacy and we will not use lockdata like you should Thank you Toll Was mach ich jetzt damit? We are always watching you My chat ID Kriegst du 92? Ey, nein, nein, nein Das ist 91 91 Ich werde in einem Monat 26 Ich darf noch 25 sein Aber was mach ich jetzt mit diesem Telefon? Ende ist ja nicht mehr da Willkommen, hello Bla 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 Kicksie. Kicksie.sugjacke.92.1. Diese E-Mail gibt es nicht, bitte nicht dorthinschauen Willkommen Jetzt nur die Emergency Services Zwei tolle Wallpapers sind hier drinnen Und hier? Achso, das ist das, was ich eh schon kenne Was ist das? Was ist das? Was ist das? Are you safe? Nein Was mit der Zeit da oben? Oh Are you safe? Uh Wer ist das? Don't you recognize me? It's voice Do not Das ist die Stimme Do not Do not You need to Tune out Die Stimme? Okay Zeit You need to tune it out Speak proper English please Nein, ich versuch's Ich verliere dich Es ist die Stimme Glaube nicht You must It's words? You must You must ihren Worten widerstehen Okay Aber Warum? Your image Es ist eine Lüge You must have seen You must have seen it 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 This something is wrong You are not Anna Ja Ja, bin ich nicht Ich bin nicht Anna No, 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 no Anna Soon she will be gone Warum? Oh nein, warte mal She will be gone soon Oh nein, warum? Wie, wie finde ich sie? Wie, wie finde ich sie? Es kommt oftmals auf dem S Find 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 me and you'll find her Find her Okay, ich muss den Aulner finden Wenn nicht 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 Oh, das ist gruselig Wenn nicht aufhören Ich bin schlecht in dem Scheiß Ich bin richtig schlecht in dem Warte mal Warte mal, warte mal, warte mal Warte mal Warte mal, warte mal Warte mal, warte mal Also das ist eine Türk-Branking Ah... Nein Scheiße Oh diese Musik geht mir rarsch Oh die macht mich wahnsinnig Okay, ich mach grad irgendwas ganz ruhig Ganz ruhig Okay, das ist es auch nicht. Welchen Wind fange ich denn an? Ah, okay. Oh Gott, bitte lass dir niemanden ins Bild springen, ich schreibe. Boah, das wäre so ekelhaft gewesen, wenn da mehr ins Bild gesprungen wäre. Nothing is what it seems. Hi Anna. Warum siehst du mich an? Ich habe gerade echt Gänsehaut. Ich habe wirklich Gänsehaut. Warum siehst du mich an? Ja, das ist aber verkackt, ne? Sorry. Ja, das Anna, das ist normal. Hör auf mich anzuschauen. Bitte hör auf mich anzuschauen. Bitte hör auf mich anzuschauen. Bäh. Es ist normal, dass wir mir keine Rückantwort geben. Hallo, fuck. Bitte sag mir, dass es funktioniert, wenn die Daten weg sind. Dann werde ich dich umbringen. Ich kann doch nichts dafür. Ich kann Anna nicht verlieren. Alles ist okay jetzt. Gott sei Dank. Oh mein Gott. Du hast mich echt erschreckt. Ich dachte, wir hatten unsere Progress verloren. Ich war das nicht. Wer macht das? Das ist eine Frau. Okay, ganz... Ey, ey, aus, aus. Licht, geh bitte wieder an. Sind wir Anna? Sind wir Anna oder sind wir Anna, sind Führer? Weil, ich meine, wir hören jetzt die ganze Klopfen, ja? Ähm... Wir hören dieses... Wir haben dieses andere Ding von der Frau... Es ist alles Frauen... Es sind alles Frauengeräusche. Und wie gesagt, wir wissen ja nicht, ob wir... Der Spieler, der, der dieses Telefon in der Hand hält, männlich oder weiblich ist. Also, vielleicht sind wir Anna. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob er das getriggert hat. Du hast nur so gerade wie ich bin, ist es zu viel minus 4, okay... Ich habe etwas auf ihrem Laptop gefunden. Mehr Hinweise. So ähnlich. Ähm... Hier gibt's, ähm... Telefondateien, die... Also, Backups. Eine hier, eine in ihrer, in ihrer Arbeit. Das heißt, da gibt's mehr, ähm... Telefon, was du jetzt siehst wir warten mit was wir haben okay ja ja mach mal go 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 das ist so falsch wir sind so weit gekommen wir müssen nur weitergehen da gibt es noch etwas ich habe ihr notebook durch gesucht ist das einfach was willst du mir damit sagen ein notebook notebook also der notizblock in ihrem notizblock steht dass sie jemanden von spark getroffen hat ja taylor die taylor ist gematcht aber ich weiß nicht ob sie sich getroffen haben wie viel hast du mir erzählt ich habe ihm nicht alles erzählt hoffentlich lügst du nicht oder ich habe ihm nicht alles erzählt habe ich ihm doch alles erzählt ich habe die gossip girl bekommen vielleicht habe ich ihm doch alles erzählt du lügst hoffentlich nicht hast du nicht gesagt du sollst nicht allem trauen also jedem menschen trauen selbst vor allem jetzt online ist du bist auch ein stranger ich bin ihr verfügter freund also bitte hör auf dazu zu hören du was ich sage bleib allein du gehst mir am arsch gregg du gehst mir am arsch gregg okay ich werde hier ganz kurzen cut machen einen moment so da bin ich wieder ich kann gar nicht aufhören dieses spiel zu spielen nehmen wir auch schon sehr lang auf okay wir lesen uns das alte nachrichten durch okay ich weiß nicht da geht es glaube ich um greg to ist er die erste frau die verzweifelt genug ist ihre katze zu heiraten glaube ich nicht ich glaube es gibt es gab schon leute die ihre katzen geheiratet haben also we need to beat to you anna take to bias the cat as your lawfully wedded husband to have and to hold from this day forward for better for worse for richer for poorer in sickness and in health until death do was part klingt schrecklich lass mich mit meinem shit jokes alone okay ich rufe dich später an okay okay wie geht's dir bla 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 das ist community you seem to build amazing houses okay sie redet über die firma und in the background of the pig there are unused extra poop bricks which will get rain on to return to a former but lesser poop form when they dry out in the sun living nothing but a stain and i'm dead stain ich lese viel ruf mich an wenn du mich brauchst okay hey hübsche wär ich wie geht's dir so wie immer lass uns morgen aus ausgehen ja ich weiß nicht mir geht's eigentlich ziemlich gut in meiner wütenden allein höhle in meiner wütenden höhle wo ich allein bin ich habe einen guten buchrhythmus weißt du mal aber bau driller this way ahead of this time we're going to trust now and it's true alter dieses klopfen dieses klopfen ist heftig war ich habe so ich habe die ganze gänsehaut wieso gehst du mit mir morgen nicht aus ich bin heißer als alle anderen als wir gehen in die stadt äh komm schon geht's dir gut was los mit dir hallo hey um god i just read my text i am so so sorry can you do me a favor and just ignore all of it i had a wee bit too much to drink last night and i have no idea what i was saying i'll make it up to you okay i'm going back to sleep so i'll catch you soon all right okay sie war betrunken vielleicht und wir haben ja jetzt habe ich eine vermutung ähm enna hat ja in ihrem vlog gesagt dass die er schlimmste probleme mit typen hat vielleicht steht es leer nicht auf typen vielleicht steht es leer auf enna wäre eine überlegung wert okay was haben wir hier 99 über 99 nachrichten hey gestern war ja die katze ihr geburtstag wann ist deiner noch mal if i can close the next client your infratree okay wenn ich den nächsten klienten fertig habe dann kriegst du ein geschenk von mir du nennst es die ganze katze er hat einen namen weißt du du umgehst die frage ich weiß den monat du hast drei du hast drei versuche und wenn du alle verkackst kannst du dann darf ich dein auto fahren nein ja ich kann es schon fragen das nein kein cheating ich texte gerade nein ich habe gewonnen aber ich krieg dich für das du wirst es bereuen count your friends zähl deine freunde und richte deine deine polster for you will need every comfort in your head yes i do not pity at all ja ich bemitleide dich überhaupt nicht haha hey sind wir langweilig was meinst du wenn wir wie wir letzte nacht aussehen was jeder war 20 oder so um die 20 herum und die hatten so eine art futuristischen job founder von einem start-up ein spielprogrammierer ich weiß gerade nicht was surveillance heißt ich weiß nicht dass das ist nicht das was ich meine wir gehen halt kaum aus wir chillen und chillen und tobi und chill auch du bist ein verkaufsmann und ich ich arbeite beim blöden data beim blöden daten bullshit sind wir basics sind wir normcore white bread sind wir weißes brot weißbrot ich bin in der selbe set so no question there ja du dodgst gerade die die frage 75 prozent chance wir sind zu 75 prozent das am meisten langweilige pärchen im raum aber es ist egal bin ich dir leid geworden was nein woher kommt das denn ja okay das ist schon ein bisschen komisch okay es geht mir nicht aus dem kopf letzte nacht wolltest du nicht mal tanzen und was nein ich wirklich wollte das i said no you don't like dancing like i do und ich weiß du magst tanzen nicht so wie ich es mag aber du siehst hast irgendwie verärgert ausgesehen nein ich war nur müde wirklich ja können wir heute wieder zusammen abhängen ich glaube think maybe work stuff is getting to me okay also ich muss mir ausruhen also sie muss sich ausruhen wegen der arbeit ich kann nicht wieso arbeit okay dann werde ich vielleicht mit ashley aufhängen wow geil ein wort ein wort ein wort ein wort ein wort 0k liebe bänner viele frauen hassen es wenn ihr nur schreibt okay das ist vor allem wenn dann so ein langer text kommt von der frau und dann kann man sagen okay nice richtig scheiße heißt das du würdest es mir sagen oder was sagen wenn du mir irgendwas verheimlichst i told you your present only comes on your birthday ich habe dir gesagt dein geschenk kriegst du erst an deinem geburtstag darum geht es nicht du du hältst dich komisch du sagst immer ich bin komisch ich bin komisch aber du bist komischer als normal ein beispiel würde helfen ich weiß nicht ich habe einfach dieses gefühl du überdenkst die dinge oh einer ich kann mich so ich kann mich so mit dir identifizieren verspricht mir verspricht mir dass alles okay ist was ist denn los mit dir bitte mach es einfach okay ich verspreche es alles ist okay ich liebe dich hey du bist warte mal wann war das das war am 30 juli und jetzt ist es aber ah am 30 juli glaube ich hat sie das herausgefunden was auch immer Greg getan hat 1. august hey du bist böse das kann ich sagen du rennst nicht einfach aus dem haus ohne irgendwas zu sagen erzähl es mir erzähl dir was ich möchte dass du mir erzählst warum du denkst dass ich böse bin was was ist aha oh nein nicht schon wieder sowas ich kann sowas gar nicht scheiße muss ich eigentlich ich muss ich brauche ja alle Bilder oder nein das vielleicht nein oh god es tut mir leid dass ich immer so behindert bin bei den Bildern nein johann ferris ferris noc fern 0405 johann 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 eingekauft hat oder du hast immer ein telefon geschaut ich wusste dass irgendwas war du hättest es mir einfach sagen können warum wollte es wie lang wolltest du damit warten ich habe einen fehler gemacht ich kann es erklären bitte du es sie war dieser kunde den ich für letzten für das ziel letzten monat gebraucht hat wir haben uns ein paar mal nach der arbeit getroffen und sie ist persistent keine ahnung was jetzt persistent heißt ich habe ein fehler gemacht das stimmt aber alles was danach kam war nicht ich bullshit anna ein schwangerschaftstest du blöder wichser aber ein strich not pregnant okay sie ist nicht schwanger greck du hast du blöder arst du scheitert auf mir und almost got her pregnant sie ist nicht schwanger sie ist nicht schwanger sie ist nicht schwanger das ist korrekt sie war die letzte die ich gebraucht habe ich weiß dass es hat was willst du mich verarschen ist mir alter greck nein du bist so und durch du bist so und du bist so verkackt du so verkackt so werden mehr mails ich habe dann ein ding bekommen aber ausbrechen ach de maintain Gott musik okay sie hat für ihr studium was eingereicht in ihrer firma dass sie weg muss aber dann prass haben nichts gesagt ok sie hat sich was bestellt und dann Murph wieder hey now it looks like you're my receiver for the next weeks now gifts are meant to be a secret but I don't like gifts that you ultimately don't want to have a registration and will get you something that you should that's so much Bust waste tape measure Das war nicht mein Sessel, das war nicht mein Sessel, ok ich krieg die Krise, ich krieg langsam echt die Krise, wow ok Murph ist schon wieder ein perverses Arzt, was ist das, da ist schon When your life is worth money Travelling, cross, bla 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 da 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 ok keine Ahnung was das Sensor ok jobber today's gonna be an interesting day, I can feel it haven't seen you for a while, where have you been, yeah where have you been, it's not like you to miss gym I'm fine, I'm fine just got caught up with work, it's all going to take a short break Dianna above me is a liar She is missing Help me please Ich weiß nicht ob das hilft, aber ich glaube nicht, das hilft gar nicht Aber ich kann es jetzt zumindest versuchen Oh du scheiße, Spark, was? Ich habe mir die anderen gar nicht angeschaut, gell? Nein, scheiße Den baue ich mal sowieso nicht Ah, das sind die Recovered Dings Titanic, was? Mein Eisbrecher, aha, das ist cool People died though Menschen sind gestorben Das ist zumindest cool Ja, nicht wirklich nur so eine Person Ja, doch, Cat Only one, I hope One is a handful already I'm not the crazy cat lady age yet So your prophet says you're surrounded upon request Yes Du singst? Ja, ok, ich beweis es Ich habe meine Augen auf dich Ich habe meine Augen auf dich Du bist alles, was ich sehe Ich will dein Herz, Liebe und Emotionen Endlessly Ich kann nicht über dich Du hast deine Augen auf mich Ich will dein Herz, Liebe und Emotionen Endlessly Au Haha, wie geil Haha, wie geil ist Dustin Oh Taylor, wie geil ist Dustin Oh wow, das ist nicht so schlecht So ist es wahr, dass die Show Gibt bessere Akustik Ja, aber ich muss die Storascope Ich muss die Storascope singen Interessant, warum? Otherwise, es wird eine Soap-Opera Ha, 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 ha Ok, Gott, mehr anders Also er hat schon coole Sprüche drauf Do I get something in return? Nummer vielleicht Ok, ich denke drüber nach Also das ist eine gute Er hat eine gute Taktik Hey stranger, anything Endepost something in trouble Looks like she's came at home Irgendwas stimmt nicht Du weißt Vielleicht überdenkst du das alles Vielleicht möchte er einfach nur alleine sein Lass uns praktisch Äh, praktisch werden Fehler It's okay if you don't get it I'm not taking this seriously Enough, so what happened exactly The drag check your house is something What about the post? Habe ich ihm das Äh, warte mal Habe ich ihm das gesagt mit Greg? Ja, ich habe gesagt, dass Greg ihr Jemand nahe ist Aber woher weiß er Woher weiß er dann, dass der Warum sagt er dann gerade, dass der Greg Ihr Apartment hier ausgefunden hat Woher weiß er das? Ja, er hat was äh Komisches gehört aber nicht Anna Was erklär? Das ist zu creepy für deine Ohren Was immer du sagst Aber ich, ich frage mich eher Was Greg macht Anna would have called her phone but now Anna würde ihr Handy angerufen haben Wenn sie okay wäre Und irgendwie macht sie einen äh Post genau zu der Zeit Wenn, als Greg bei ihr zuhause war Klingt das nicht ein bisschen Komisch zu dir? Occam's Razor The opposite answer is often Is most often true Äh, close enough Keine Ahnung Ich wusste nicht was er erzählt hat Es gibt eine Eine Möglichkeit, dass Greg Irgendwie was Anna angetan hat Also da